Es war ja nicht nur Festspiele dieses Jahr, es war auch Bond und EM hier. Gestern habe ich gehört, gab es einen Anruf von der Produktionsfirma. Was genau wurde mitgeteilt? Ja, es wurde uns mitgeteilt, dass die Bregenz-Sequenzen ein absolutes Highlight des Bond-Films sind. Die Bilder sind berauschend schön, hat es geheißen. Und wir werden 7 Minuten 11 Sekunden nach dem jetzigen Schnitt, wenn nicht da noch jemand herumarbeitet am Film, vom Bregenz haben, von der Tosca, vom Festspielhaus, vom Bregenz selbst. Gibt es da schon weitere Planungen, was in Bregenz passieren wird, wenn Premiere ist von einem Bond-Film? Die jetzige Situation ist die, dass die Österreich-Premiere in Wien sein wird, aus marketingtechnischen Gründen. Und es wird wohl auch hier in Vorarlberg in einem für solche Filme ausgerüsteten Kino sein, weil wir im Festspielhaus natürlich nicht diese Einrichtungen haben, selbstverständlich, die ein Cineplex oder ein anderes Kino hat. Und so wird es wohl sein, dass die Vorarlberg-Premiere auch in einem ordentlichen Kino stattfinden wird. Und so wird es wohl sein, dass die Vorarlberg-Premiere auch in einem Kino stattfinden wird.